Herzlich Willkommen zu unserem Crossfit Born Home Workout. In unserem Warm Up haben wir 2 Runden von 10 Swings. Hüfte und Knie exklusiv strecken, Rücken lassen wir gerade. Dann haben wir 10 Air Squalls. Und dann haben wir 10 Links und 10 Rechts Leg Swings. Das swingt ihr einmal von links nach rechts. Und dann swingt ihr einmal vor und zurück. Dann haben wir unseren Kraftteil. Da haben wir 3 Runden von 10 Tempo Front Squats. Wir gehen 2 Sekunden runter halten und stehen dann schnell auf. Also 2 Sekunden runter, 1, 2 halten, exklusiv aufstehen und 1, 2 halten. Genau, das war ein Ramp. Zweite Übung sind 10 Links und 10 Rechts Cossacks Squats. Das ist der Kossacks Squat, Ferse auf den Boden lassen. Und dann haben wir 2 Minuten Pause und dann beginnt der 2. Satz. Wir machen 3 Sätze. Im Workout haben wir 3 Runden. Wir starten mit 200 Meter Laufen. Und dann haben wir 21 Caterpill Swings, 21 Push-Ups und 21 Caterpill Goblet Squats. Und dann am Ende noch unsere Double Under Challenge. Viel Spaß! Wir machen noch unsere Taiwan crawlers, das die Leute nicht Debaten. Sch turtle Emp конфiere Benefits und die Leute wieder anfangen. Und die Leute anmutter lassen können. Währendpunkt haben die Leute euch in den K bị passt, Und dann irgendwelche Leute Funimo Freizeich noch veros.